Ich glaube, Andrzej Kramaric braucht einen mentalen Neustart. Er ist ein sehr guter Spieler mit viel Talent und Qualität. Aber in dieser Saison war es sehr schwer für ihn bei uns. Er muss aber Spiele machen, um bei der EM dabei zu sein. Also ist es besser für den Verein und den Spieler, wenn er geht und woanders auflaufen kann. Ich habe gesagt, dass wir unsere Augen offen halten. Wenn sich eine gute Möglichkeit bietet, werden wir zuschlagen. Bezogen darauf, suchen Sie eher einen Stürmer oder einen offensiven Mittelfeldspieler? Kramaric ist ein Angreifer und wenn er geht, möchte ich einen Ersatz. Also suchen Sie nach Offensiven? Ja, einen Stürmer. Kramaric ist ein Angreifer. Kramaric ist ein Angreifer. Und jetzt geben Sie darüber nach oben. Also müssen Sie sich mal sehen.